Jo! Das ist toll an, hier ist noch mal auf Platz 1, der wird noch immer weit rausgetragen, aber das Ding hat er unter Kontrolle. Aber Juppenstocker hat die Nase weiter vorn. Achtung! Der Motor weg hier! Röntgenstein! 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 Auf der Fahrtlein! Ich habe nur die Wieser auf dem 2. Der Audi von den Bickecharks auf dem 3. Und vor dem Platz für die Stadt für die Wieser 2. Vor dem Platz für die Stadt für die Wieser 2. Die Wieser 2. Vor dem Platz für die Wieser 2. Für 577. Ein Puppe-Bike drauf. Ja, weil wir immer noch einen rumzustellen haben.